Und damit herzlich willkommen hier zurück zu PUBG auf der Xbox Series X, Entschuldigung. Und das an diesem wunderschönen Dienstag und mit dabei der Vogelmann. Ich grüße dich, Vogelmann. Hallo, Toni. Vogelmann, wir beide, PUBG. PUBG wieder. Was denn da los? Ja. Was denn da los? Und vor allem wir beide. Also, das ist ja crazy. Und ein Comeback von mir. Also, ich habe ja schon vor Ewigkeiten aufgenommen. Ja, ich glaube, ich glaube einfach, du kommst nur noch in meine Videos rein, um einfach nochmal Werbung für deinen eigenen Kanal zu machen, weil du da mittlerweile so viele Videos produzierst. Ja, ja, richtig. Also, das vermute ich. Ja. Ich wollte einfach nur mal für meine Fans da draußen, ja, den wollte ich einfach PUBG mal wieder kriegen. Du hast keine, du bist tot. Immer noch. Ja, ist ja gut. Ja, ist okay. Ja, ich, okay, hast recht. Deswegen bringen wir auch den alten Kram wieder, ne? Also, Vigor zusammen, PUBG zusammen. Es kommt alles wieder. Lasst euch überraschen, was noch kommt, liebe Freunde. Der Vogelmann und ich haben da ein bisschen was vorbereitet. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt mittlerweile auch im PUBG neue Updates, neue Maps, Vogelmann. Es ist ewig her. Aber wie viele Folgen haben wir gemacht? 150? Ich bin bei 150, glaube ich, ausgestiegen, ne? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr gemacht sogar, ne, als du ausgestiegen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Oder bin ich bei 100 ausgestiegen? Ich werde sehen. Erstmal wird es krass werden, steuerungsmäßig klarzukommen. Dann wir beide das erste Mal auf der Series X bei PUBG unterwegs. Warum bewege ich dich noch nicht? Connectest du noch? Ne, ich lade noch nicht. Du bist bei mir auch am Lecken. Also stehst da noch unsichtbar. Ach so, okay, ne. Ich laufe nämlich schon rum und bewerfe dich die ganze Zeit mit Äppeln. Beäppelst du mich? Deswegen. Ich veräppel dich nicht. Ne, ne. Also schon quasi, aber. So, jetzt gucke ich erstmal kurz die Streaming-Qualität an. Das sollte jetzt klappen. Ähm, ihr werdet sehen, es kommt noch ein vigorischer Mittwoch für euch. Den kann ich schon mal für euch wieder spoilern. Ähm, da sind aber hier und da noch ein paar Pixelfehler. Aber ne, wobei ich sehe gerade. Ah, ich glaube, das kommt auch bei PUBG durch. Also, wenn ihr Vogelmann miterleben wollt bei mir, dann müsst ihr quasi mit dem Pixelfehlerchen leben. Ja, ist halt so. Es ist halt so. Ist halt so, liebe Freunde. Ich kann's nicht ändern. Ich sorge für Qualität. Äh, kann man hier irgendwo Waffen looten, damit ich einfach mal ganz kurz wieder reinkomme in das Machine? Ne? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das Menü öffnen war. Okay, halt, okay. Menü war Start. Und das war umgedreht. Select war die Map. Uh, guck dir mal die Map von oben an. Ist ja interessant. Sehr industriell. Ich weiß auch nicht mal, welche Lautstärke wir hier mal hatten. Oi, 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 oi. So viele Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Du siehst immer noch aus dem Penner. Ja, nach wie vor. Auch nach 150 Folgen. Oh, Helikopter. Ähm, warte mal. Ich mach hier mal erst mal. Oder wollen wir die Taktik machen direkt runter? Äh, direkt runter am Komponente nach links. Links, ja. Äh, wo wir aussteigen? B. Welcher Knopf? Ah! Google Mann! B. B. Jetzt komm ich. B. Ich komme, ich komme. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Aber ich seh schon, die Map ist ziemlich klein. Es ist, äh, naja, Stadt halt, ne? Dafür gibt's viele Gebäude. Okay, komplett nach links. Ob das in die Hose geht oder nicht, liebe Freunde. Das wissen wir nicht. Wir kennen die Map nicht. Ihr da draußen, die jetzt wahrscheinlich einschaltet und voll die PUBG... Was? Nein, nicht du, Handy. Das laberst du nämlich schon wieder voll von der Seite. Das hab ich grad mitgekriegt, ja. Mein Gott! Keiner redet mit dir. Oh, ich hab direkt nen Helm. Okay, also looten geht wieder. Das klassische, ich drück den X-Button, bis alles vom Boden weg ist. Ist wieder da. Ich laufe rüber zum großen Gebäude. Äh, warte, ich komm mit. Wo ist, äh, Schuss einstellen? Da. Linker Taste. Okay, linker Taste, sehr gut. Warte auf mich, warte auf mich. Ich komm, Vogelmännchen. Ah, wir beide Pupschi, hä? Ja, ich weiß. Dass wir das noch wieder erleben können. Mitverschirm? Hä, was ist ein Störsender-Pack? Ich hab nen Störsender-Pack aufm Rücken. Okay. Ähm, okay, dann hab ich aber, kann ich weniger tragen, oder? Entweder oder. So wie's aussieht, ne? Ja, Störsender-Pack kann ich mitnehmen, aber dann hab ich keinen Rucksack mehr. Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Ich weiß halt nicht, ob sich so ein Ding lohnt. Hier ist auch ein Notfallschirm. Ja. Anscheinend kann man von Gebäuden unterspringen mit Schirmen. Ja, aber dann hast du halt, wie gesagt, keinen Rucksack, ne? Ich bin das Störsender-Pack. Dann musst du, dann musst du halt wirklich ne gute Waffe, wo schon die Magazine drin sind. Ja, lass mal hochgucken. Warte, Vogelmännchen, wenn wir oben sind, machen wir noch ein schönes, äh, Subnail-Bild. Ja. Die Tür geht auch so. Geht die aus? Das ist keine Tür. Beton. Beton. Das ist auch nicht. So geil, wie wir... Na und die. Die nehmen wir. Hast du überhaupt schon ne gute Waffe? Hm, Tom's nur Schrofflind, also nicht. Hm, okay. Ich nehm mal hier noch den Energy Drink. Okay, ähm, ja hier ist ein Bild machen, ist doof. Ist halt so grauen-grau hier alles. Warte mal, warte mal kurz. Ich hab ja ne gute Waffe zum Zoomen. Äh, wie ging Zoomen? Achso. Nee, nicht Zoomen. Äh, zweimal den linken Dingsbums. Den, äh, Trader. Guck mal hier grad erstmal aus dem Fenster. Und wo schießt denn der einer? Ist wahrscheinlich nach mir. Guckst du mal, ob du aufs Dach kommst? Ja, ich geh mal hoch. Oder läufst du grad nach unten? Nee. Mach grad die Nebentür auf. Alles klar. Hä? Nee, was ist denn das? Ach, das sind Hufschrauber. Da fliegen Hufschrauber rum. Aber auf der Straße läuft keiner rum, du. Das ist bestimmt ein Gebäudefight, ne? Ja. Aber hier in das Sniper spielen, ne, das wär auch was für uns. Definitiv. Wie auf unserer Lieblingsmap, wo wir, äh, immer so gerne in diesen Hochhaus hocken. Was hast denn du hier Schönes? Ah, weißt du noch, was meine Lieblingswaffe war eigentlich? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, die M16. A4. Wink 94 hab ich. Oh oh. Bist du das? Über dir, ja. Oh, ich hab's... Wie bist denn du hochgekommen? Dritte. Ah, hier. Und dann hier die Tür auf, ne? Im Büro. Alter, hier liegt Mega-Loot. Also, naja. Ich übertreib gerade aber. Die UMP... Ich glaube... Ich glaube, wir haben das Gebäude bekommen. Ja, das meinte ich doch. Ich hab nämlich irgendwas gehört. Hab ich die gerade schon wieder getauscht, die Waffe? Scheiße, jetzt bin ich von in der Zone drinnen. Hm, ich auch. Ich bin schnell runtergelaufen. Hey. So eine Scheiße. Ja, erstmal wieder Steuern klarkommen und jetzt machen wir wieder so eine Karte. Zone-Stöder-Kinz. Erstmal mit den Looten, vor allem. Ich hab gerade meine Waffe wieder weg. Oh nein! Oh, das tat weh! Das ging auf die Knochen. Oh. Blödes Trapp. Ups. Warte. Ich muss mal kurz Schmerz-Tabletten nehmen. Wie konnte man die nehmen? Halte, der Steuern hat mich vor... 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 Der blauen Zone beschützt. Wie jetzt? Ich hab kein Leben verloren. Sondern mein Steuernsender. Echt? Ja. Ach so, du hast den aufgesetzt. Du hast keinen Rucksack. Ne, ne. Ich hab einen Steuern hinten drauf. Weil ich keinen Rucksack gefunden habe. Ah. Ah ja. So, warte mal. Die UMP9. Okay. Ist du ready? Ähm... Ja, hast du nur Medi oder irgendwas? Ne, hast du nicht wohl. Du hast ja keinen Rucksack drauf. Ja gut, erste Runde, ne. Erstmal alles kennenlernen. Wir gehen rechts lang. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich's ähm... Ich überprüfe gerade erst mal kurz Kamerawinkel. Wegen Twitch-Übertragung. Ne, sieht besser aus als bei Vigo, ne. Mal abwarten. Ob sich das so weiter behält. Mal gucken. Ich hab doch keinen Rucksack, sag ich nicht. Ich geh mal hier ins Fenster rein. Mach mal. Rucksackstufe 2, falls du dann doch wechseln möchtest. Ja, ich bin ins nächste Gebäude gegangen. Da, wo ich in der Zone drum bin. Ich hab ein Zielfernrohr. Sehr schön. Ach, das Zielfernrohr hat er direkt drauf gemacht. Das, okay. Keine Ahnung, ich nehm erstmal wieder Munition unterschiedliche mit. Ich geh mal hier auf das Gebäude hoch. Aber pass auf, ne, falls hier irgendeiner sich im Gebäude versteckt. Versteckt. Hier ist ein Stufe 3-Helm. Ne, Stufe 2. Ach, sag mal. Ich seh gerade, ne. Man behält jetzt die Mütze auf, wenn man den Helm wechselt, ne. Wenn man's eingestellt hat, ja. Man kann das einstellen? Ja. Das hab ich noch mitbekommen. Gut. Das, 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 das wusste ich auch noch nicht. Ist auch noch für mich neu. Ne, nicht Rucksackstufe 1. Ich will die Weste haben. Oh. Guck mal, ich mach wieder das, was du so liebst. Ich loote vom Boden aus. No. Ist das... Da freust du dich, ne? So kennt man ihn. So kennt man ihn. Oh, scheiße. Ich bin ja in der Zone. Ähm, scheiße. Das ist ja wieder doof für mich. Kann ich aus dem Fenster springen? Wie hoch ist denn das? Wenn, dann belebe ich dich wieder. Ich komme. Du bist aber ganz schön weit weg von mir, seh ich gerade, ne. So, ich bin wieder rausgegangen, ne. Eieiei. Ich brauch halt Munition. Sag mal, können wir uns gleich mal absprechen, ob wir uns gegenseitig... Ja, lass uns erstmal die Zone rein. Das würde ich jetzt mal sagen. Okay. Aber ich hab... Wobei, ich kann dir gar nicht helfen, weil ich hab keinen Rucksack und ich hab nur die Munition, die ich für meine beiden Waffen habe. Okay, also du bleibst nach wie vor beim Störsender, oder was? Ja, ich hab keinen Rucksack gefunden. Wobei der Störsender würde richtig Sinn machen, dann zum Schluss, wenn du außerhalb dann der Zone dich aufhalten kannst, für eine Weile. Naja, taktisch bin ich ganz gut. Das ist bei uns im Gebäude. Das klingt wie über uns. Hast du'n? Nö. Das muss hier sein. Ich geh in das zweite Gebäude rein. Ich komm mit. Ich hab grad überlegt, ob ich dir die Tür öffne, aber dann bin ich, glaub ich, mitten auf dem Schlachtplatz. Hier. Wo? Drüben in der Nebenhalle. Das ist so laut, der muss hier drinnen hocken. Ah, draußen. Hast du geschossen? Nö. Ich warte jetzt hier drinnen, auf dem Klo. Gefällt diese Tür ja nicht, warte mal. Zone ist da? Ah, ja. Ah, ich bin wieder mittendrin, statt nur dabei. Ich spiel ja nur die UMP, ey. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, zwei Stück. Scheiße. Hab einen Kill, hab ihn getötet. Ja, 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 ja. Aber du musst mir auch sagen, wenn du auf jemanden schießt, ne, damit ich mitschießen kann. Ja, der kann auch nicht gucken. Ich war grad ein bisschen überraschend, wo ich wusste. Der hat auf mich geguckt. Ich wusste halt nicht von wo, von irgendwas. Ich muss mich kurz heilen. Also, was heißt heilen? Ich hab bloß Schmerztabletten, ne? Und einen Energy Drink. Wir heilen ist da nicht. Puh, ich hätt noch ne Rauchgranate. Kannst du die Tür aufmachen und rausrennen. Ich hab jetzt die Rauchgranate gemacht. Der ist auf dem Berg, der ist auf dem Berg. Wir sind bei der Zone. Komm, komm, komm. Seht. Pass auf, die Schuze, genau. Ach, scheiße. Scheiße, ich hab die Taste wie bei Vigo verwechselt. Dritter Platz. Ach echt, das war schon dritter? Ja, ja. Ja, gut, wir waren jetzt nicht mitten in der Action, ne? Aber egal, ich hab einen Kill, das reicht mir. Weil ich hab den, ähm, ich hab ne Granate gegen das Fenster geworfen, die kam dann zurückgeflogen und dann ist er gestorben. Aha. Sehr schön. So, das nächste Mal sag trotzdem Bescheid, wenn du ballerst. Nee, das konnte ich nicht. Ich muss mich konzentrieren beim Zielen. Trotzdem sowas wie rechts, Toni. Ich schieße. Irgendwie sowas. So, ne, würde ich sagen, machen wir sie nochmal, oder was? Jo, machen wir. Machen wir direkt los hier. Der PUBG-Dienstag. Ach so, ich muss ja A gedrückt halten. So ein Kack hier. Und gedrückt halten. So. Halt mal A gedrückt. Halt mal A gedrückt. Welche Folge ist denn das bei dir jetzt? Oh, das weiß ich nicht. Können wir ja mal gucken. Ja, ich guck jetzt auch mal. Da müsste ich eigentlich, da müsste man die Playlist eigentlich schnell finden bei mir. Sony G, Bob G. Oder hast du ganz einfach nur Players, Anders, Battlegrounds. Na ja, ich habe das, glaube ich, schon ausgeschrieben. Aber, warte mal, 151 war der Zombie-Modus. Ich glaube doch, Zombie-Modus war das letzte. 151, oder? Das kann, äh, da war Wind da, äh, 149, ich glaube, 150. Oh, 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 oh. Was denn? Das war gerade zu laut. Alles gut. Ach so. Aber wo sehe ich denn meine Playlist? Meine eigene. Ich finde sie auch gerade nicht. Crazy. Arschwasser und Achselschweiß war 115. Oh, laut. Ja. Hier geht's weiter. Warum ist denn das, warum ist denn das so komisch geworden? 152 Folgen hast du. 152? Ja. Also ist das 153 quasi? Richtig. Boah, Alter. Ich finde aber nur 151 als letztes. Wie bist du jetzt auf die Playlist gekommen? Ich bin einfach auf dein Account gegangen, bin auf Playlist gegangen und dann unter Battle Royale und sowas. Na, okay. Zombie-Modus. 153, naja, schon ordentlich. Ja, bei 150 hast du geschrieben, das ist mal Schluss. Und das war die letzte Folge von mir. Genau, wobei du, wenn man sagen muss, du warst, glaube ich, knapp, das war ja, bei PUBG war das ja gewesen, wo du sieben Monate nicht da warst, ne? Ja, ja. Ich glaube, da bist du ja 40 Folgen oder sowas, bist du ja, glaube ich, nicht dabei. Nee. Das kam auch noch dazu, extra. Aber 150 war meine letzte Folge offiziell. Ja. Wie gesagt, aber nee, geht nicht mehr. Kann ich nicht. So. Also wir müssen jetzt noch hier irgendwo noch ein schönes Sumnay-Bild machen, ne? Das ist klar, ne? Also jetzt nicht, weil jetzt haben wir ja den Countdown mitten, in der Mitte. Aber irgendwo, wenn wir dann mal was Schönes haben. Ja, wir hatten ja gerade eben wieder eine Gewöhnungsphase, wie bei jedem Spiel, was wir dann lange Zeit nicht mehr spielen. Wir mussten es einfach selbst finden, in der Selbstfindungsphase waren wir. Was ist denn los mit dir? Warum willst du mich hier ab? Ja. Irgendwie gibt der Apfel kein Feedback mehr. Irgendwie kann ich dich durch dich durchwerfen. Da prallt irgendwie nicht mehr ab. Vielleicht werfen wir uns auch mit Scheiße ab. Scheiße, das lebt ja. Man prallt nicht ab. Sag mal, ist das dynamisches Wetter jetzt hier? Oder täuscht das gerade? Nein, das wird immer per Zufall ausgewählt. Es kann sein, dass die Mitte bei Nacht ist. Aber ändert sich. Genau. Das wäre immer noch schön bei PUBG, ne? Oder? So, wenn das sich dynamisch ändern würde. Folge UI-Anzeigen. Was ist das? Mitglied zum Folgen auswählen. Warte mal. Zum Folgen auswählen. Das heißt also, jetzt springe ich dann quasi mit dir runter. Weil ich habe das jetzt gemacht und bei mir ist es jetzt so ein Fallschirm-Icon. Das können wir ja mal testen. Du springst runter. Und dann werde ich ja sehen, ob ich mitgerissen werde. Das wäre ja schön, wenn die Funktion mit drin wäre. Damit du nicht mehr so viel machen musst. Aber Äpfel schmeißen geht gerade nicht. Will ich nicht. Du hast ja auch noch. Also du hast alle weggeschmissen. Ich habe noch zehn Stück. Da habe ich noch rein. So. Mal schauen. Wenn, dann springe ich nach rechts. Damit du, falls es funktioniert, nach rechts springst. Ja, ja, danke. Ne, funktioniert nicht. Komma. Wie weit nach rechts? Du gehst da irgendwie... Das ist nicht super, wie es geht, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen anders erwartet. Das rechts. Jetzt machst du in die Mitte. Was ist das? Ja, die Map ist so klein. Entschuldigung. Da hinten bei die Container. Lass mal da hinten bei die Container gehen. Schön. So, schauen wir mal, ob es hier was gibt. Hat der so richtig Vigo-Feeling hier mit dem Bahnhof? Ne, ne, der Sea-Feeling. Entschuldigung. Ja. Vor dir ist einer gelandet. Mano. Naja, der ist ein bisschen weiter weg. Also, ich wollte nur sagen, dass der auf Linie mit dir ist. Ich gucke mal hier rein. Bist du das? Ja. Oh, Alter. Hör auf. Schrecke mich nicht so. Oh, voll erschrocken. Ich denke, welcher Affe. Oh, jetzt gehe ich aber hier krasse... ...krasse Sachen an hier mit meiner Waffe. So, jetzt kann ich Krieg führen. Ja, du auch? Ich auch. Hier in Stufe 2 hast du, ne? Ja, klar, Baby. Ich bin voll equippt. Wollen wir raus, ja? Eigentlich will ich nur in die Nebenwerkstatt, weil ich da keine Tür gefunden habe. Äh... Wässt du erst mal? Jetzt war bloß Stufe 1, aber besser als nichts. Oh, warte mal. Oh, die M... Ist das meine Waffe? Ne, ist es nicht. Ne, hier. Ne, die M16A4 ist es auch nicht. Das ist das Dreierschussgewehr. Das war es auch nicht, ne? Ne. Ich nehme aber trotzdem schon mal die Munition mit. Ich weiß, dass ich die brauche. Wenn es so weit ist. Ich komme. Ich komme. Äh, Vogelmann? Hier, schön. Wollen wir hier ein Bild machen? Hier, schön. Komm mal hierher. Warte, ich komme. Aber in die Richtung gucken, bitte. So. Hier. Ah. Ah, jetzt kommt diese blöde Schrift. Fuck. Tschüss. Okay, wir sollten uns wieder bewegen. Das ist schön. Können wir weiter machen? Ich habe mich gefreut, dass ich wieder bei PUBG da bin. Das ist ja noch so ein Tanz gemacht. Aber optisch ist hier jetzt kein Highlight, ne? Die, 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 die Map. Oder was hast du? Ne, ist halt industriell, ne? Also. Ja. Industrie halt. Und ich muss auch sagen, während sich andere Spiele ja, ähm, auch ohne Upgrade auf der Xbox Series X doch deutlich, äh, besser und anders anfühlen, hat sich bei PUBG gefühlt gerade gar nichts geändert. Doch, ein bisschen die Ladezeiten, aber sonst. Vielleicht die Stabilität noch ein bisschen, aber mehr. Ja, ja. Ähm, ich gehe jetzt hier hinten zwischen die Container gucken, ne? Ich will geradeaus an die Häuser ran. Mach mal. Ich meine, gut. Einen habe ich down. Ist da ein Rauch bei dir? Ja, das ist noch einer. Komm. Wer kommt? Komm, 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 komm. Verhalt den einen, den ich down habe. Hab ich. Gut. Warte mal, du hast den Assist-Tot gemacht. Ne, okay. Hast du dir jetzt gerade beide Kits gekrallt? Ne, ich habe eingetötet, wenn man auf Start drückt. Okay. Warte, wenn man auf Start drückt und dann wo? Nö, doch getötet ein und Assist ein. Sehr schön. Komm jetzt, hau ab. Klau mir nicht wieder meine Sachen hier. Hau ab. Du hast deinen Tim-Looten gehabt. Hab ich doch schon. Ah. Ja, ja, ich sehe schon. Da kommt noch wer. Oder warst du das von den Geräuschen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Geräusche gehört. Oh man, ich brauche mehr Zeit zum Bluten. Ich bin doch einer, der Ruhe braucht. er ist natürlich geil an meiner waffe kannst du natürlich erstmal schön drauf halten so eine übelste streuung ich liebe die andere waffen nehmen so zu wenig ruhe hier sagt er gerade viel zu viel zeit zum gluten braucht ja ja wo du immer dann hinkern kommt und dann obwohl ich gerade an der leiche bin ja guckst du schon mit in den rucksack rein wasser müssen gucken das war meine leiche stand mein name drauf ich habe einen rucksack geschmissen sie ist das kriege ich jetzt erst mit ich will ich nicht wissen aber ich meine munition verloren sie ist der ball tool da immer rumgreifen muss deiner scheiße stufe zwei wirst mann 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 geht schon wieder gut los ja sag mal wie konnte man schlagen richter woche ne ne das war ping hallo mir liegt ein rucksack da macht in stufe 2 ah jo ich glaube den werde ich mir dann holen hier rucksack habe ich sogar angepinkt stufe zwei wirst du bleibt die pingung halt ein fahrzeug durch die gegend und ja war mit einem mg obendrauf dann lasse ich nicht sehen ich habe ja gut versteckt hier ich bin das große gebäude rein da fliegt ein helikopter durch die gegend das meinte das ist so von vom computer dass der dann auch auf spieler schießt das kann sein ich gehe jetzt ins gebäude rein kommen wir mit wenn ich sein notfall links muss drunter sind dass wir ein schlupfloch oder was wir sind das hier hat er auf uns geschossen ich gehe nach oben ich warte mal kurz ich habe das gefühl wir hatten verfolgt hat den weg nach oben brauchen wir gar nicht zu machen weil weil in der zone wollen wir wieder raus oder was ja ja ich gehe mal hier drüben rein rufe zwei rucksack tabletten sehr schön blendgranaten hier wird geballert bei mir ja ich komme jetzt wieder ein stözer in der rucksack stückchen muss ich noch rein gerade unter den lkw gebackt muss ich mal am dicke duck laufen und nicht so laut du weißt doch ich mag es laut boah hier überall umgucken könnt überall einer auf dem dach hocken ey was gibt es hier schönes meine lieblingswaffe oh ich habe einen scheitdämpfer für die UOP warte mal ich tausche auf jeden fall dir erstmal nach oben oben loki das ist ziemlich in der nähe ja haben wir nachbarn ich guck mal hier drüben mh sieht nicht so aus doch doch das auto ballert da klopft jemand an ja bitte wer ist da kommen sie rein Hans-Dieter Hans-Dieter kenn ich nicht die UMP ja ok was sagt denn da drüben die fenster war bisher alles frei ich hau mir noch schnell schnellstabletten rein ja und ich guck mal kurz ob man hier irgendwas noch pimpen kann äh da drück im fenster ja 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 aber noch nicht schießen noch nicht verraten wo wir hocken hast du zufälligerweise ein Visier umkollern? nee dann müssen wir auch schon wieder weiter weil wir noch eine gute Zeit haben ich hätte noch einen leichten Griff den ich jetzt fallen lasse äh ich bräuch ich brauch halt ein Visier für die Waffe Achtung hier na toll ein holographisches das passt ja auch nicht das klang das klang haben wir ne Tür hier zum zumachen ach so das ist nochmal ein Zimmer wir müssen auch gleich los ne wir müssen auch gleich los ne ja ich nehm noch kurz ein paar Tablettchen Medi sicher aber auf jeden Fall Medi und alles für uns geradeaus sind beide geradeaus? ja die sind ins Gebäude nochmal drunter weil der macht bespricht wir müssen von wo? unten auf der Straße bist du tot? ne also ich bin down unten auf der Straße ja ja nicht raus gehen nicht auf die Straße gehen da laufen wir wieder rum Gott ja aber die Zone kommt du musst aus dem Fenster springen ach man ey und die Zone oh die Zone ist richtig hart au das tut weh la 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 ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht aber die Zone kriegt dich links nichts liegt sich da vorne irgendwo ins Gras rein damit sich keiner sieht oder so ja ja wenn du irgendwas so rein hast dann rein ich aber das Gras reicht nicht aus nee ach guck mal das Gebäude ist besser da hinten ins Deiner ne 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 hier nicht rein hier unter dem LKW geht nicht hier rein? ja was war denn das? versuch dich zu heilen da liegt ein Medipack ich hab genug Medis hä? ich hab nen Nachbar neben mir hörst du das? wo? oben glaub ich auf dem Gebäude und red bull noch rein meinst du der ist oben drauf? mhm oder auf der Straße halt 20 Sekunden wenn ich nicht sterbe indem ich was einnehme boah das ist laut der trinkt extrem laut brauchst du laut zu trinken wie ist denn dann da hochgekommen? guck mal guck mal links du kannst auf die Container steigen und oben durch das Fenster steigen rechts die rechten aber wenn der da oben hockt ja dann lauf ich den quasi ins Ärmchen ist hier was oh hörst du das? ja ich warte bis hier einer reingerannt kommt ja und die Zone kommt ja ja aber ich warte mal noch kommt durch die Tür der Hubschrauber sorgt natürlich dafür dass man das Laufen wo? durchgehen haben man kann jetzt durchschießen ja? ja so erstmal heilen ja du hast noch 16 Sekunden danach musst du los ja ja ach Gott wie weit? ach wie wir sind denn noch sechs im Leben lauf rüber die sind im Gebäude drinnen ja und du musst da auch rein loben noch nicht vier sind noch im Leben zwei Zweier-Teams wahrscheinlich nicht ich muss versuchen erstmal ein bisschen undercover noch zu bleiben lad die Waffen nach ja aber das Waffen nachladen ist halt laut ja aber du brauchst Munition das ist laut das ist laut die knattert so dauert lange das ist laut du musst gerade aus drei Sekunden hast du noch ich muss noch warten ich muss versuchen mit der Zone die bekämpfen sich gerade die bekämpfen sich gerade ja scheiße ach ach der ist noch gefehlt ach schöne Ding aber ja schöne Ding trotzdem also spannend war es definitiv ich weiß nur noch nicht ganz so was ich von der Map halten soll und ich würde sie vielleicht gerne mal so bei wenn es richtig hell ist ich muss sagen ich finde die wirklich gut ich mag das in der Stadt ja ich meine das mit der Stadt mag ich aber mir ist es so ein bisschen ein bisschen zu graumatsch also so ein bisschen ja gut ich meine ja PUBG ist kein Grafikspiel das sind die typischen PUBG Töne ja ja aber ja gut liebe Freunde wir sind durch schon wieder 40 Minuten ach echt ach du scheiße ja Dankeschön fürs Reinschalten Dankeschön für Like-Up und Käsekuchen ich hoffe euch hat gefallen PUBG seit langer Zeit mal wieder auf meinem Kanal mit dem Vogelmann also meine das beste Comeback was es gab ja wir nennen die Folge auch das Comeback Meinst du Comeback äh Comeback oder Weg so nennen wir das Ganze okay 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 liebe Freunde Dankeschön fürs Reinschalten und bis dahin haut rein euer Sonity und natürlich auch der Vogelmann so sieht's aus der Vogelmann da ist noch wieder also hei 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 ne wie machen wir jetzt das hier aus